Ich erzähle dir jetzt mal was, als ich mich 2018 im Gym angemeldet habe, habe ich niemals daran gedacht, dass ich irgendwann mal Videos drehe, geschweige denn Leute motivieren werde. Ich habe damals mit einer Frau geschrieben, die mich damals motiviert hat zum Sport zu gehen, weil ich meinte zu ihr, ich war damals ein bisschen übergewichtig und ich meinte damals so, ich bin mir nicht sicher, ob ich ins Gym gehen soll und sie meinte, geh einfach hin, du hast nichts zu verlieren, es wird sich keiner um dich kümmern, du wirst einfach dein Ding machen und irgendwann wirst du vielleicht Spaß daran haben. Und ich habe dann darüber nachgedacht und dachte mir, du machst das jetzt einfach. So, dann habe ich bis 2020 trainiert, dann kam ja Corona und dann habe ich leider aufgehört und habe dann erst 22 wieder angefangen und bin jetzt, ja gut, zwei Jahre wieder halt dabei. Das Jahr hat ja jetzt erst angefangen und dann ist es schon zur Elfte rum wieder. Aber auf jeden Fall, meine Message soll sein, ihr müsst einfach machen. Es ist einfach scheißegal, ob du dünn, dick, groß, klein, alt, jung, gut, wenn du irgendwann ein bisschen zu alt bist, ist es vielleicht schwierig, aber ansonsten, du kannst immer anfangen. Es ist egal, es macht keinen Unterschied. Du brauchst keine Angst haben, dass dich irgendjemand auslachen wird, zieh durch, ich glaube an dich.